Na da zusammen, mich hier ist wieder euer Kanal und schau euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei Toys, die wir hier im Nobelgarten Event bekommen. Und ihr seht schon, hinter mir, vor mir flitzen hier überall so Häschen durch. Und ja, wir haben aktuell das Nobelgarten Event. Dieses Mal ist es quasi im Jahr 2020 und da sind zwei Toys dazugekommen. Es gibt ein paar alte Toys, die man auch holen kann. Da habe ich auch schon Videos zu gemacht. Jetzt soll es aber um die zwei neuen gehen. Ihr könnt jetzt, um diese Toys euch holen zu können, in eine von den Anfangsstädten gehen. Das ist egal, wo ihr hingeht. Ihr könnt nach Goldhain gehen. Ihr könnt es bei den Zwergen in Karanos machen. Ihr könnt das gleiche auch hier oben machen. Was ich eher empfehle, in die Exodar in der Azurwacht oder auch bei der Horde geht es in verschiedenen Städten. Zum Beispiel im Klingenhügel und bei den Untoten. In jeder Anfangsstadt geht das im Endeffekt. Und jetzt ist es so, dass wir ein Toy beim Händler kaufen können. Und ein Toy über eine Quest bekommen. Die Quest startet bei demselben Händler, der euch quasi auch das Zeug verkauft. Hier in Elvin ist es quasi dieser kleine Gnom. Das ist der Nobelgartenverkäufer, schimpft sich der einfach. Der hat also keinen Vor- und Zunahmen, sondern der heißt einfach Nobelgartenverkäufer. Er ist sehr kreativ von Blizzard. Und der Typ hat eine Quest, die schimpft sich, ein Korb bekommen. Das ist die Quest. Und die nimmt er einfach an. Und als Belohnung gibt es schon das erste Toy. Korb des eifrigen Sammlers. Oh mein Gott. Blizzard und die Wortwitze. Korb des eifrigen Sammlers. Im Endeffekt. Und ja. Das Ding hat dann einen Effekt. Und zwar benutzen. Fügt die Spielzeuge der Spielkiste hinzu. Okay, das kennen wir. Erhöht die Geschwindigkeit 10 Sekunden lang um 60%. Funktioniert nur, wo während des Nobelgartens fest bunt gefärbte Eier versteckt sind. Also heißt hier wahrscheinlich um die verschiedenen Städte, die ich euch gerade genannt habe. Die Aufzählung war dann natürlich nicht abschließend. Es gibt dann auch ein paar mehr tatsächlich. Gut, und wir haben auch so schon bei der Quest einen Korb, wo wir quasi schnell laufen können. Ich habe die Quest jetzt schon abgeschlossen. Was müssen wir machen? Wir müssen Nobelgartenschokolade besorgen. Und wo kriegen wir die her? Wir haben jetzt hier überall um diese Anfangsdörfer, so Eier, die können wir aufmachen. Und wenn wir die aufmachen, dann spawnen da quasi oder da droppen dann bunt gefärbte Eier raus. Und wenn wir die öffnen, kriegen wir einfach die Schokolade. Weil zusätzlich kann in diesen Eiern noch anderes Teuk drin sein, so zum Beispiel so T-Mog-Ohren und vieler anderer Stuff. Was jetzt aber erstmal für die Toys nicht interessant ist. So, also wir sammeln jetzt diese Eier. Ihr seht, die liegen hier überall rum. Hier auf dem Pfosten sind die drauf. Hier irgendwo in der Ecke sind die drin. Die spawnen alle paar Sekunden nach. Und je nachdem, wie viele Leute hier rumhampeln, werdet ihr halt ein bisschen farben. Oder es geht halt relativ schnell. Ich kann es halt empfehlen, wenn dann zu einer Uhrzeit zu machen, wo hier nicht mehr sonderlich viele Leute sind. Oder das halt an einem Ort zu machen, wo jetzt nicht so viele sind. Azurwacht bei der Allianz ist ganz gut, weil da halt einfach schlichtweg weniger Leute rumhängen als jetzt hier in Goldhain. Aber ich bin jetzt relativ spät abends unterwegs, deswegen geht das tatsächlich. Genau, sobald wir diese 10 Schokoladen-Dinger gefarmt haben, was halt keine Minute dauert, können wir das hier abgeben. Und dementsprechend haben wir dann auch schon unser erstes Toy. Das können wir jetzt einmal angucken. Hier haben wir noch ein kosmetisches Item. Die Vorlage habe ich aber schon, deswegen schmeißen wir das mal weg. Und dann schauen wir uns jetzt das mal an, was wir da gerade gekriegt haben. Nobelgarten. Okay, perfekt. Das ist da schon mal nicht drin. Dann schauen wir mal nach dem Korob. Und da haben wir ihn. Setzen den ein und ihr seht, ich kriege jetzt halt diesen Movement Speed Bonus. Ist ganz praktisch, dann können wir halt die Eier sammeln. Soll halt anscheinend nur da gehen, wo man das Zeug einsammeln kann. Also ihr könnt leider nicht überall euren Movement Speed aktivieren. Gut, dann schauen wir uns das zweite Toy an. Und zwar, das zweite Toy verkauft der Kollege hier einfach. Und das hat er auch gegen Nobelgarten-Schokolade. Ich habe mir ja auch schon ein bisschen was gefarmt gehabt hier vorhin. Dann kriegt ihr über denselben Weg Eier aufmachen, das Zeug looten und dann habt ihr die Schokolade. Und da brauchen wir insgesamt 50 Stück. Und dann können wir uns hier Beutel des Frühlings-Floristen kaufen. Das machen wir jetzt mal. Übrigens, hier gibt es noch einen Haufen andere Sachen, wie ihr seht. Es gibt Pads, es gibt einen Haufen Timbock-Items und auch einen Mount, was ihr im Haar verkaufen könnt. Noch mehr Pads. Und ja, also da gibt es auch noch ein anderes Toy. Kostet halt alles relativ viel von der Schokolade. Also wenn ihr hier noch nichts haben solltet, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Eierfarmen. Wir schauen uns jetzt einmal das zweite Toy noch an. Und zwar, was macht das? Fügt das Spielzeug hinzu. Genau, das kennen wir. Pflanzt eine Blume. Okay, das klingt spannend. Machen wir das mal. Ähm, da müssen wir Beutel... Beutel, da haben wir es. Jetzt gucken wir mal. Wir pflanzen die Blume mal hier auf der Straße, dann sehen wir es vielleicht besser. Ah, ich wollte gerade sagen, passiert gar nichts. Okay, also wir können so eine kleine Blume pflanzen. Das Ding hat eine Minute Abklingzeit. Und ja, also... Okay. Ist ganz nett. Können wir ein kleines Blümchen hinsetzen. Keine Ahnung, wie lange das bleibt. Aber ja, sieht ganz nett aus. Gut, das ist dann auch wieder ein Toy mehr. Beziehungsweise insgesamt zwei Toys. Das jetzt hier zu farmen, sind vielleicht keine fünf Minuten, diese 50 Nobelgarten-Schokolade zusammen zu kriegen. Also eine relativ angenehme Sache. Ja, genau. Mehr gibt es eigentlich im Jahr 2022. Nicht neues. Wie gesagt, es gibt einige alte Collector Bits. Die habe ich aber in anderen Videos schon einmal abgehandelt. Da könnt ihr gerne über die Playlist mal ein bisschen durchgucken. Sowohl beim Mount als auch bei den alten Toys. Gut, damit verabschiede ich mich jetzt an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr Beubert. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.